ja ja auch hier ist das Haus das hat gar nix Alter er hat noch zwei Stück davon und ich hoffe der lädt jetzt auch ja Oh Warte Setz mich mal in kurz anders hin So, alles klar War nämlich auch die Combat? Ich weiß nicht Ist da doch eine? Ja Da ist eine Dettel drin Ja, wenn ihr eine automatische Wilds können wir tauschen Ja Und Zweitwaffen Ja Also von mir aus können wir Warte, ich brauch auch mal eine Zweitwaffe Ach, komm schon Ja Ich würde sagen, links lang hier Schlagstock hier Ah, ein Stock Ein Stock, da ist ein Stock Und jede Menge Steine Oh Ja Ich guck mal hier lang Hier geht's nicht durch Lagerhallen Action Ich glaub hier lang, oder? Jo Da ist ein Jockey Auf der anderen Seite Jar Jar Der kommt hier, der kommt hier, der kommt hier durch die Wand Durch die, durch die Holzteile War der gerade irgendwo Da kommt, der kommt, der kommt Die Dolle ein so im Schrank, äh, sind die behindert? Hier vorne ist, kann man durchkommen Hier ist auch eine Treppe Jo Was ist denn jetzt hier? Kann man jetzt hier irgendwie Das ist eine Lagerhalle für, so Kommt man da jetzt Ebay-Fahrer Rüber oder nicht? Ja, kommen wir doch einfach rüber hier, ne? Das ist ja Auktionshaus hier Ja Wir machen alles kaputt Ja, kaum Die Zombies vielleicht Da ist eine Tür Ich mach die mal Eben, deswegen mach ich ja die Tür schon mal zu Achso Hier ist Medi Björn Medi Hier, hier, hier bei mir, hier hinten Hier ist, äh, eine Truhe Hier sind Laser-Visiere Und hier ist eine Truhe Die können wir aufmachen Äh, hier, jockel auf mir, jockel auf mir Jo, ich seh's Jockel Äh, Charger Ja, ist denn Hier ist eine Kiste Äh, ja, Kiste Eine Kiste, soll ich die mal aufmachen? Ja, ja Jo, boah, alles voller Pillen Das ist schon mal gut, oder? Ich nehme ja letzt zwei Mal Wo lang? Hier wieder raus Oder hier hoch? Nee, hier hoch geht nicht Komm zu Boah, scheiße Äh, hier ist eine Treppe Äh, eine Leiter Und da Hier vorne ist eine Leiter Die geht in das nächste Hier in das Thorn-Wheel-Gebäude Da, ja Ist euch mal aufgefallen, dass die Splitter-Tantin-Tanga trägt? Echt? Ja Ohne Scheiß Wenn die auf dem Boden liegt, musst du ja mal gucken Ehrlich Scheiße Ein rosa Tanga Ja Die müsste da oben eine liegen sogar Hier ist ein Jockey Scheiße Nein, nein, nein Oh, kacke, ich bin unten Rad Warum hast du denn sowas? Ja, aber ich weiß nicht, wo hin Das ist die Sache Ja, aber wo ist denn Wo ist denn das Tor? Auf einer Seite Ja, ja, aber wo? Ich drücke Okay, der Bomber hat die Mäute aufgewickelt Stop the fire We have two minutes To cross Ich hab gedrückt Und jetzt Wir haben zwei Minuten für Watt Ich das wüste Hier, das Feuer ist aus Wir haben zwei Minuten, um da rüber zu kommen Hier, über das Feuer Bevor das Feuer wieder angeht Okay, wir sind da runter Hier ist ne Treppe Hier, hier, hier bei mir Da runter Scheiße Hier, hier runter Oh, ich bin runtergefallen Ja Hier über die Leiter, ne? Ja, da irgendwie wieder hoch Schätze ich mal Schnell Ja, ja, ja Okay, gleich werden wir gegrillt Seid ihr hinter mir? Ja, also halbweg Hier ist ne Leiter Ja, dann hoch, hoch, hoch Alles klar, geschafft Ich hör ne Witch Außer Nick, aber scheiß auf den Und irgendwas Tank, 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 Tank Was ist denn jetzt schon wieder? Achso, das war ich Scheiße, ey Scheiße, ey Ja, sorry, ich wusste nicht auf der Hütte, war doch nicht Achter, der Tor wird geschlossen, der Tor wird geschlossen Okay, da war doch gar nicht so unsinnig Scheiße Ja, die kommen auf jeden Fall da nicht mehr raus Was seid ihr denn? Ja, immer noch hier am, am machen Sind schon bei dir Kommt hier zum Bagger, da ist ein bisschen mehr Ja Pfui Ich brauch, ja, ja, ja Genau, ich brauch Moni Achter Ja Ich glaub, das brauchen wir alle Ja gut, wir haben ja noch Achso, die, die, die Dings bleibt ja, ne? Wenn man Pillen nimmt, ne? Eben, du bleibst Musst'n wir hier rüber, Leute? Na, ich doch Okay, jetzt müssen wir hin, Leute Boah, Kotze, Kotze, Kotze Da, jetzt siehst du, die hat nen Tanga an, auf jeden Fall Schweinevieh Und nicht schon wieder Meilsfeld-Action, ne? Hier ist ein Medi Da, 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 da Also einer von euch beiden Da in dem Haus Warte Ja, super Okay Der kommt, der ist hinten am LKW Noch ein Schuss Smoker Ja Nee, Jockey war dat Beides Ja Okay, lass hier rüber Wer braucht dir jetzt ein Medi? Ja, nehm, einer von euch an Medi Ebenso, Matze, du hast ja noch die Betroffenen Ich hab 84 Aber das ist egal, ne? Also ich sink jetzt ja nicht mehr, ne? Das ist alles Ja, dann Ich behalte das erstmal Wer wir Wer wir braucht, soll sich melden Deswegen behalte ich nur meins auch nicht Wenn wir mal in Richtung Ja, ja Oh, ich brauche einen Muni Ja Was ist denn hier? Da hat's dir aber jemand echt ein weitläufig Zerrohr gedacht, ja Eine sehr abwechslungsreiche Map Ja, nur ein paar Fehler haben wir den Laden, aber Vielleicht kann er ja gar nichts für Und jetzt? Wo geht's lang? Ich versuche, der Strauch hier hoch zu klettern, aber das geht ja nicht Ne Okay, wenn da nicht Ich gehe von außen Vielleicht auf der anderen Seite, dass wir über die Brücke müssen Leute, ich hänge Was? Ich komme hier nicht mehr raus Oh, ne, ne? Wo bist du denn da? Oh, sag nicht, du wolltest durch das Loch da durch Doch Ja, alles klar Alles klar Ja Ja, bestimmt auf der anderen Seite und dann über die Brücke Schleim? Ja Vergiss das Jo, hier oben geht's lang Moment, ich komme Ja, ja Alles klar Alles klar Auf der anderen Seite sind ein paar Zombies Vielleicht wissen die ja, wo es lang geht Hallo Hallo, drüben Hier ist ein Medi Ja, ich habe Hier vorne Dann heile ich mich Ja Dann heile ich mich eben und nimm das dann Was ist das denn? Ja, ich habe Ehrlich? Da ist irgendwas drin. Oh, so...